Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem 12. Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden. Es gilt künftig im Handel 2G, im Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht, also der Besuch von Bekleidungsgeschäften, Sportgeschäften, Möbelhäusern oder anderes ist nicht mehr gestartet. Ich muss ganz offen sagen, wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens. Aber leider ist er notwendig. Wir haben diesen Schritt angekündigt in den vergangenen Tagen und heute wird er umgesetzt. Klar ist aber auch, das ist die Unterkante der Maßnahmen. Das ist die gemeinsame bundesweite Maßnahme, ein Lockdown für Ungeimpfte von Vorarlberg bis Burgenland, aber selbstverständlich steht es natürlich den Bundesländern frei, so wie es in der Zwischenzeit auch schon gehandelt wurde von mehreren, weitere Maßnahmen punktuell zu setzen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,